So, hallo ihr Liebes, es freid uns wieder das mal eingeschaltet haben. Sarah und ich sind heute nicht allein unterwegs, heute haben wir Begleitung vom Dirk vom YouTube-Kanal Radler-Jörgs Vlogs, wir gehen heute den Wanderweg rund um Dahlem, die Tour hat etwa 10 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann bleiben dran. Und wenn ihr die Outtakes wissen wollt, bleiben auch dran. Guten Morgen. Ein Guten Morgen, wir haben noch zwei mitgebracht. Gucken wir. Ja, das ist der erste, das ist der Jörg aus Berlin. Guten Morgen, der Jörg aus Berlin ist auch aus dem Saarland. Schöne Grüße gehen raus an die Zuschauer von Strauß Wanderlust. Ach, das ist doch egal, oder? Das ist doch nicht gestellt, oder? Also hier wisse ich nicht, ob ich was sagen darf, weil wir sind die Jörg aus Berlin. Wir sind die ganze Zeit am Klappern. Aber bei dem Vorbeilauf-Video, da halten sie alle die Klappen verstehe ich nicht. Ach so, ach deswegen. So, jetzt machen wir es mal wie die Jungs da vorne. Ein bisschen Vlog-Style. Da vorne laufen jetzt die zwei Kameraden durch den Batsch und durch die Bäume hindurch. Ja, und da habe ich sie. Und da hinter mir, da habe Marco und da habe ich. Und da sieht man, dass Vlog nichts für Strauß Wanderlust ist, wenn wir echt nur scheiße labern. Und da boîte sie nicht. Aber genau das mache ich. So. Das heißt, das ist der Hauptschal. Na, das ist der Hauptschal. Na, das ist der Hauptschal. Meine Frau wechselt, meine Mutter. im rucksack ich war nix dabei, außer erste hilfe 3,13 naja, da sieht man halt wer hier ja, kommen wir hier jetzt oder nicht? hop, hop, hop naja, kommen wir Oh, 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 oh. Das ist super cool. So, gut. Dirk ist kaputt. Ich bin doch krank, oder? So genau habe ich nicht geguckt. Ohne Meter dräht der Feld. Akku leer. Noch ungefähr zwei Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns richtig gut gefallen, vor allem weil Jörg und Dirk da waren. Wie seht ihr das? Wie hat euch die Tour gefallen? Also die Tour an sich war ziemlich batschig und es ist kalt und nevelig. Aber die gute Unterhaltung, dank Jörg, Sarah und dir natürlich, war die Tour doch am Schluss super. Muss ich auch was sagen. Ich habe die Tour mit Flamm und Wiese und Schotter. Und ich gehe den Weg nicht mehr, weil der Akku ist andauernd leer. Hier die Insta 360 ohne X2, da ist der Akku immer noch betriebsbereit. Ich habe noch nicht so viel gefilmt. Am Ende habt ihr wahrscheinlich 30 Minuten. Achso, das wird übrigens das längste Video von Strauchs Wanderlust, weil der Dirk und der Jörg sehr viel kommentiert haben. Im gesamten kann man also sagen, dass Marco hier und die zwei Schnarchköpfe da hinten und ich ziemlich viel Spaß zusammen hatten. Und das war auch richtig schön halt und wir sind arg froh, dass die zwei arg doll mit uns zusammen gelatscht sind. Noch irgendwelche Kommentare ihr beide? Ja, und zwar der Weg hat ungefähr 11 Kilometer laut Listing. Wir haben also noch so ungefähr drei vor uns, wenn das jetzt stimmt, im GPS. Und wir sagen hier schon Tschüss, keine Ahnung warum. Tschüss. Jetzt sagen ich mal Tschüss, aber bevor ich jetzt hier weggehe, sage ich auf jeden Fall noch liebe Grüße an Topper. Der hat sich heute Morgen bei seinem Video so beschwert, dass ich ihn nie grüße. Also hier liebe Grüße Topper von Topper Adventures. Also Ciao. So und weil doppelt immer besser ist und auch besser hält, sage ich Hallo Topper, schöne Grüße auch von Sarah. Und wenn wir schon bei vielen Grüßen sind, ich hätte hier auch noch zwei im Angebot. Die sagen euch bestimmt auch noch was Nettes. Ja, ich grüße alle Zuschauer auf dem Kanal Strauchs Wanderlust und natürlich ganz besonders den Toppers Adventure. Das sollt ihr nicht vergessen, weil ich denke mal, dass auch dreifach richtig gut hält. Und zu guter Letzt grüßt euch der Nächste im Bunde, der sich hinter mir versteckt. So, oje, alte Knoche. Ich sage ein Armutschüss von der Tour dort zusammen mit dem Marco, der Sarah und dem Jörg. Und es ist saumäßig kalt, mir friere die Finger ab. Aber das hindert mich nichts daran, Grüße an eine liebe Topper rauszuschicken. Der Hilde grinset sich ab und naja, egal. Bis zur nächsten Tour und vergesst nicht das Like, das Video zu liken, zu kommentieren und dem Marco zu abonnieren. Tschüss! Und schaut bei den anderen zwei auf jeden Fall noch auf dem Kanal vorbei. Die machen immer lustige Videos. Immer was zum Lara. Tschüss sagt auch noch der Jörg vom Kanal Radler Jörgs Vlogs, der immer die lustigen Sachen macht. Was? Wie? Jetzt haben sie mich wieder vor die Kamera geschubst. Warum? Ich habe doch schon Tschüss gesagt. Aber nochmal Tschüss dann halt, ne? . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind zwei Arme da, das kenne ich nicht hin Du wärst so dick So, noch einmal Heute scheint alles noch Ja Ist eh schnell durch, es geht eh schief Ja, ja Hallo ihr Liebe Es freut uns wieder, dass... Alles gut Bin jetzt tot ernst Sarah, das musst du gleich machen Hallo ihr Liebe Es freut uns wieder, dass du englisch... Her auf die Grenze So, du dahin nach A Aha Mir kann ich schwitzen Dreh dich mal rum, Sarah Olek Sarah, gleich gehst du da hin Dann lach ich Thanks Prifat 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 Untertitelung des ZDF, 2020